Eingesperrt Grauenhafte Pinkelnot im Keller Helen will nach dem Einzug in ihre neue Wohnung nur ein paar Kartons aus dem Keller holen. Doch plötzlich ist die Tür verriegelt und sie muss mit quälend voller Blase in ihrem Abstellraum ausharren. Die Verzweiflung wächst mit jeder Minute. Gibt es einen Ausweg oder wird am Ende ihre Hose nass? Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage